Herzlich Willkommen zu Shortcuts, dem aktuellen Magazin auf FC-Energie-TV. Jede Woche das Neueste aus dem Energielager. Mariusz, vor ein paar Wochen hat Bojan Paschnicka gesagt, Mariusz Kukielka kann für uns noch ganz wichtig werden in dieser Saison. Jetzt ist es tatsächlich soweit drei Spieler gesperrt und du bist eine der Optionen, die jetzt unbedingt einspringen müssen. Ist das eine Situation, die für dich positiv ist, weil du wieder mit dabei bist oder auch belastend? Das ist natürlich positiv. Auf der anderen Seite ist es schade, wenn unsere wichtigen Spieler wie Mario und Ziba sind gesperrt. Das ist eine Chance für mich. Wir haben das ganz wichtigste Spiel für uns und ich werde alles geben und kämpfen bis letzte Minute. Das ist keine Frage. Wir haben uns jetzt vor kurzem hier beim FC-Energie-TV unterhalten. Hast du gesagt, du bist noch nicht 100 Prozent wieder fit? Jetzt musst du es sein. Nein, nein, ich bin 100 Prozent fit. Ich bin bereit. Ich habe schon einen halben Monat sehr gut gearbeitet. Das habe ich gesagt, wenn ich nicht 100 Prozent fit bin, jetzt bin ich fit, bin ich bereit und bin ich heiß. Der Ort zu sein. Ich bin bereit. Ich bin fertig. Er hat Spaß auf dieses Mal. Tschüss. Ich bin fantä記得.